hier mein name ist daniel p und ich bin mit dem mario master zurück zu brett und brett zeigen wir es ja genau daumen nach oben auch für dieses video wir sind stehen geblieben bei 173 meter wir haben es irgendwie her geschafft weiß der teufel wie wir das gemacht haben ja ich war schon mal zum beispiel hat gerade aber schon hier war ich kann ich mich verändern ja ihr müsst wissen dann hier er vergisst ein bisschen häufig war es ist gut dass er mich hat das ist ein recht gewesen kommen da weg weg das ist ja auch weiter deswegen wir müssen hier lagen ja ja weiter geht es auch irgendwie die 85 heute wieder sehen ja hier müssen wir richtig schnell sein ja da unten ist eine plattform oder darum muss man hoch springen oben linken aber ich sehe nicht mehr danach kommt muss man schnell ist bereit macht den counter okay wir müssen nach nach oben okay dann machen wir das direkt zwei sprünge kommen wir da hoch das macht auch gut kann man da oben ist hin dass wir hinkriegen ja wenn wir runterfallen gehen wir ja hier in der fall sagt allerdings was ist ein richter verplattform das ist eine gute frage warum ist eine plattform und ich glaube nicht da wir würden dann die dicke stoßen ich will es auch ehrlich gesagt nicht riskieren tatsächlich ich will nicht wieder da unten landen ja das wird auf jeden fall immer was okay bereit ja nichts oder und das war darunter ich habe das so früh kann man überhaupt tun das ist ja nicht so was hat schon mal schaffen können versuchen wir es mal ich habe die plattform versuchen ziemlich hoch ziemlich hoch ziemlich hoch da ist irgendwas aber das auch nicht irgendwie wie zum teufel seid ihr hochgekommen der weg was sicherlich nicht einfach oder kinder ach das ist eigentlich gar nicht meine aber wir sind uns gefunden ich habe erst gesagt wo lang hier ist eine sackgasse ich glaube hier war auch besser nein 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 jetzt sind wir wieder hier gerade wir sind verwirrend gerade wieder hier so ein ganz kleines ding ja dann waren wir ja schon mal ja wir sind wieder in den fisch schmieden hier sind wir wieder genau oh mein gott ich muss auch gar nicht nein mein lieblingspfad es geht wieder los freunde wir machen kein progress da hatte ich tatsächlich in einem anderen spiel wesentlich mehr mehr glück gehabt in einem fanspiel um genau zu sagen wo ich selber wo ich selber eine rolle mitgespielt habe aber weil du kennst du ja meinst der kiesel adventures oder wie auch immer ja genau ich habe irgendwie den letzten part angeschaut und ich meine da konnte man irgendwie nach rechts gehen wieso komme ich gar nicht mal zehn minuten im spiel und ich rede mir jetzt schon auf ja auch so viel zu einem guten start ja eigentlich vorliebe ich gar nicht mehr so sehr aufregen ach kleiner spaß das war gelogen ich rechne mich so viel auf wie ich dachte ich habe versucht zu ziehen hat weiter geklappt da haben wir sind komplett komplex jetzt ja wo wir hin müssen denke ich ja es ist nicht so kommen damit auch irgendwie nicht klappt dass ich meine ist nicht so überschaulich finde ich gerade und ich habe auch leider gehört dass das der gipfel wesentlich weiter werden weg ist als ich dachte da können wir uns wenn wir da hat irgendeinen sinn mit dem zu reden warum ist ich glaube ich glaube nicht ich habe keine ahnung eigentlich sie sind mir egal ich schere ich mich nicht um endpcs ich tue sowieso nicht ich tue sowieso wahrscheinlich weiter gar nicht vor moment darunter darüber schwingen genau darüber schwingen und dann an die wand da merkt man einfach dass wir eine woche nicht gespielt haben bist du warst ich war noch gar nicht bereit es ist ja die possibility auf dem moment in einem nehmen einer von uns den anderen irgendwie runter schmeißt ich höre dir wenn du das wenn du das sagen sein wird sich macht dich doch noch leider hat sie jetzt schon bist muss man bescheid sagen wenn du mich loslässt ich schwöre bei gott ich lasse dich niemals das ende erleben ja dann weiter nach rechts ja ja noch mal also ja das jetzt darunter fallen lassen dann daran hängen mit einer drüber schwingen ok noch ein stück oh gott i got you bro i got you oh dann ich dann du bist w we che du bist jetzt sind wir schon wieder hier wir haben aber es geht aber wesentlich schneller wenn du mich los ja das tut mir leid da sage ich so dass wir noch nicht ganz runtergefallen das passieren wird das passieren würde ich glaube dann dann richtig möglich das so früh zu spät jetzt noch über 100 wenn das wenn das wirklich passieren würde dass wir wirklich von der stelle wieder ganz runter fallen irgendwann bestimmt was zelt auflagen ob das hier was wird mit dem ich glaube das wird ein spiel was wir nicht schaffen können sagen wenn du mich schmeißt ich schmeiße dich jetzt ist jetzt mal wieder oben hinkommen ja allein dass das das wir schon mal irgendwie völlig komischen frequenz fehler wir kommen wir da nicht hoch warum ist dieses spiel so ganz locker schaffen aber irgendwie irgendwie habe ich jetzt so langsam mein zweifel wo spiele war was waren denn deine highlights bei der direkte ich habe die nur so kurz überflogen ehrlich gesagt ich lasse jetzt los also ich habe sie komplett angesehen das absolute highlight ist natürlich war für mich natürlich marion luigi brothership schade das schade das was nichts zu zweit spielen können ja ja dann wird sonst hätte ich mich sofort gesagt sagt wie wäre es nochmal marion luigi let's go das metroid war am ende glaube ich ja da haben die fenster richtig lange aufgewartet das der zweite flott war irgendwie ich weiß es nicht ich springe immer genauso pünktlich studieren und kann noch alles es kam noch ganz viel ab jetzt tatsächlich es gab auch glaube ich quest als ja genau das war glaube ich dein highlight gewesen weil ich habe nur ein ich habe zweiter quest nur gespielt und achten und den leuten teil ja dann gab es noch neues mario party tatsächlich so ist super mario party ich lasse jetzt los das wäre ich mir natürlich auch holen und donkey come country returns das ist das ich noch mal auf dem dd kommt und das werde ich mir auch holen auch wenn ich den original teil auf der wie schon habe und auch durch gespielt habe aber ich glaube da damit kann ich dich nicht überreden für die ab und für die affen weil wir erinnern uns ja noch an einen debakel aus dem ersten teil aber nicht auch eins gespielt wir haben noch hier trocken fließt gespielt oder ja stimmt so wie gefrißt haben wir auch gespielt weil ich habe nichts dagegen die zu spät wir sind ein bisschen chilliger als die sms spieler ja finde ich naja gut okay der erste teil ich glaube es war aber nicht der der perfekte einstieg wenn ich das immer zu spät habe ich weiter und hat 22 wir sehen ich habe den zweiten partner für macht es immer besser als 24 einfach halt immer wieder diese szene einblenden ich weiß was noch witziger ist als 24 ich lasse jetzt los das ist ein kleiner ninja die gegner schwingt der jetzt gerade im dreck aber wir sind schon mal hier wenigstens das ist besser als davor finde ich so weit drin war aber ehrlich gesagt noch nicht fand ich wahnsinnig ich frage mich doch immer keine sorge ist noch eine eine einsprung immer noch hallo zwei sprungen bist du jetzt wahnsinn ich will hier nicht sein ich mag diesen ort nicht wasser jetzt dann die spitze also schön also trock und und weiß und schnee bedeckt nämlich an naja da geben wir uns unseren träumen gehen ja war sehr poetisch daher stimmt 100 eine sekunde nehmen wir die nächsten wobei stehst du nicht mehr fragte aber ich bin noch war also ich bin erstmal schon ich glaube ich bin zu tief ja immer verhaken wenn du auf der plattform bist ja mach ich ja 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 aufgesperrt nichts kommt jetzt aber ja nur 20 gedauert wir sind wieder hier bei 120 hier und rüber ich habe eigentlich keine abkürzung gibt nach der zeit ja schon einmal erreicht das war genug ja mal voll du spielst dark souls meine stirbst muss sie gehen an seinem boss noch mal besiegen genug vorher die ich hatte ich bin mir sicher dass es eine mod gibt die genau das möglich macht macht glaubt mir in der morning szene ist vieles möglich und ich lasse sie jetzt los noch geht es auch voran irgendwie wir haben eigentlich nur ein downgrade gemacht ja ja rechts genau moment vielleicht hätten uns doch was anderes überlegen sollen also ja sorry ich habe vergessen so sieht der Einzelspiel aus weil du einfach nur die tote Leiche seines Bruders dir durch die Gegend schleppen ich bin noch gar nicht tot ich bin noch nicht so tot innerlich bin ich bin nur seelisch tot seelisch tot ist nur halb tot und rüber das ist der vierte Part und ich fange jetzt schon an mich aufzuregen das ist der erste Part für heute ja und insgesamt der vierte und rüber was zum was ist hier passiert das ist passiert also ich brauche mich oh Gott ich war in Abbruch gesprungen irgendwann sehe ich es uns gefallen von wir fallen von 126 Meter wieder runter auf 0 naja irgendwo bestimmt wenn das das passiert jetzt ich mach dieses spiel zu dienstern hier sofort es ist leider ein abgebrochenes let's play egal ich übernehme da die volle verantwortung jetzt vor ist die zweite wo einfach nur überrannt wurden irgendwann mir hat das Spiel eigentlich Spaß gemacht das ist nur halt es hat einfach nicht aufgehört hier mit den Zombies ja genau ja wieso Survival Spiele sind auf diesem Kanal irgendwie nicht so in Vegas habe ich auch mal arg versucht aber da wurden wir auch die ganze Zeit überrannt wir kamen überhaupt nicht von der Stelle irgendwie dabei mag ich eigentlich Survival Spiele naja dann hatten wir beide beide noch The Forest gehabt ja ja wo wir höchstens zehn Tage überlebt haben naja wir haben zwei Wochenende gespielt da wo man einfach beim zweiten Wochenenden einfach überrannt die ganze Zeit naja dann irgendwann hatten wir auch einfach keine Lust mehr gehabt ja ja da war ich vorankam naja dann musste der kleine Timmy halt die ganze Zeit sterben naja na 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 la oh oh warum denn ein counter warte mal warte mal sind wir drin jetzt waren wir schonere Ne ich glaube hier waren wir noch gar nicht wir waren nach rechts Oh Gud ich glaube Oh mein Gud ich glaube ich fangen an zu schwingen wohin da links links ja der fall zeigt nach links ja und dann kommen wir oben hoch das müssen wir sehen muss ein rechts meine fall kommt sagt allerdings aber rechts rechts links geht als dreh dich dann nie ruht redig dreh dich wie du dich noch nie zuvor gedreht hast schwindet in der schwung wenn ich okay ich glaube jetzt müssen wir insgesamt drei mal springen ja 123 wir sind wieder hier ist da unten dann kann man gar nicht bekannt aber wie gesagt auf rafter hatte ich tatsächlich auch mal lust das hat mir uns ja vorgenommen man sieht richtig lustig aus sie doch nicht so schwierig aus ja sie machbar aus hier so von wir könnten ja wir könnten ja nachher auch noch ein paar dazu machen wenn man ja nicht frechster kommt gott also weil wir hier da habe ich mir ja irgendwie über nachguckt sie können hat sein ob wir nach rechts müssen wie sollen wir denn wie soll man denn da rechts kommen was er da unten rechts ist eine plattform nämlich und dann springen wir da in die kleine plattform dann die zerbrechliche dann wieder unten dann auf die eigene platz nur wo wir einen landen wir runterfallen weil sie nicht okay wir können es versuchen okay dann komm mal her also spielt das war erst mal da hängen dass ich ja dass ich da erstmal hängen ganz richtig hoch machen kommt auch gesicht so wo landen wir jetzt hier ist dann einfach nur eine abkürzung wieder da oben zu landen ich glaube ja ich glaube ja dann gehen wir lieber zurück bist du wahnsinnig oder vielleicht auch ein bild oder irgendwie so hat ich bin mal auch noch die plattform nein das sieht aus warte fack warum sind wir jetzt wieder hier ich glaube nicht dabei ist nicht so groß das spiel glaube ich dann aber wenigstens mehr folgende erfolgserlebnisse habe ich so gefühl irgendwie schon und wieder mal hier so zurückkehren zum brett und fred ja das weil irgendwie drei stunden lange nicht bewahren zu kommen ist auch ein bisschen verdrückend habe ich sorgt für glaubst du das ich glaube es meinst du meinst du das ist auch für unsere psyche nicht okay ist wenn wir drei stunden lang nichts erreichen ja das mal ging es ja noch naja es waren ja auch das war ja auch nur die einfachen sachen jetzt kommt das knallarte zeug überlegen wir machen wir jetzt mal den fahrten sind erstmal eine halbe stunde wissen wir sind erst bei einer halben stunde es geht schon wieder los es geht schon wieder ein du auch ich bin ein pinguin durch nach nasser vogel ich bin ein nasser vogel warum bin ich so so verdammt poetisch warum habe ich gerade so gute laune in diesem spiel die fischminen gesehen war einige leute schon eine stunde kann bock mehr hatten ja weil sie die ganze zeit gefehlt haben ok das los in 321 jetzt ich habe nämlich mal tatsächlich aufs team in achievement gesehen das müsst ihr mir nicht glauben und zwar erreiche die spitze in weniger als zwei stunden wo ich mir denke so einfach da oben rechts hinspringen versuchen jetzt haben wir zumindest ein bisschen nicht gespart trotzdem trotzdem einen wirklichen unterschied macht es halt nicht irgendwie schaffe ich die und dabei bin ich eigentlich von uns der jump runner jetzt also ich bin der ballast der nicht wort wirklich gekettet bist du bist der bessere in apgs als ich habe ich habe ich habe nach rechts gedrückt obwohl es eigentlich liegt links ist warte mal okay okay wir warten wir warten wir warten wir warten wir sagen hat schieb uns wahrscheinlich weg wenn ich graben weil wir nur bei mir nur flossen haben ja wir haben flossen flossen hoch und los das kennst du den wilden world pool aber ich bin komisch am glitschen gerade wo bin ich gerade da ich war unter der plattform sekunde ok bereit und dann genau hier haben wir mal problem habe ich so gefühl ich bin wieder hier in den zombies revier so würde ich das bei resident evil sagen ich habe mich versuche ich zu schwingen vielleicht kommen vielleicht schaffen wir das ja ich kann dagegen die wand wie gut ich uns hier gerade gerettet habe aber da kann ich mir mal eben auf die schulter klopfen ja ich habe mir gerade auf die schulter geklopft das war falsch ok ich sprengen ich 3 und 1 und die 2 und die 3 NEIN ich hasse diese stelle ist das das ende der super brüder werden sie jemals den gipfel erreichen ich glaube nicht beim letzten mal hat es ja auch nicht geklappt der warte moment beim letzten mal hat es wohl geklappt nur bei diesem gipfel kriegen wir dann echt nicht hin warum nicht weil wir wahrscheinlich scheiße sind und 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 dann und dann und dann und dann sie machen ein strich durch direkten und 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 die 3 sollen wir gar nicht am haken wir sagen wir nur weil wir fallen auf der stelle ich sag's ja ich sag's ja das spiel ist nicht gerade back frei ok der bildschirm war die ganze zeit bei mir am flimmern irgendwie ich weiß nicht was das sollte ok nein es ist so frustriert nach oben nein da mal nach sowieso blöder schneemann wir sind die falsche nachbarschaft bis auf dem falschen berg ja das ist unser berg was hat mir ein kurzes projekt ja schade es tut mir ein bisschen leid aber aber wir wir kehren zu diesem spiel zurück nur halt in eine stunde weiteren abständen nur in größeren abständen also weil so spielt man spiel durch nur eine stunde in der woche so kriegt man genug training für spiel ja weil wir haben uns hier blind blind auf diese challenge hier eingelassen lassen 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 ohne auch zu wissen was wir hier tun ja du musst du bist passiert so ok ohne überhaupt zu wissen was wir hier tun ja ich wusste nur ich war ein pinguin ja und du war auch ein pinguin ich war und ich war nur ein grauer pinguin ja ich war eigentlich war ein grauer pinguin mit roten augen er war ein pinguin mit einer frisur das ist meine frisur oder ist das meine haut es war seine frisur es war seine frise online ich kann dann ja was geht ich röste meinen ich röste ihn ja ich hatte heute nudeln gehabt waren noch alte sardine 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 moment mal es ist doch gar nichts für dich weißt du was eine sardine ist denn sie ist ein fisch ja und du magst kein fisch der singt doch nicht ich naja sie haben wir uns auch ja ziehe uns hoch ja ja er wollte schon nicht vom aktie erreichen bin ich zufrieden die haben wir nachts die magische zahl 85 das soll unsere zahl werden ja jetzt hiermit aus irgendwas muss er doch hier auf sich haben mit dem basketball kopf ist mir scheißegal ich jetzt sind nur was da oben ist ja das wird definitiv erreicht werden irgendwann aber nicht heute irgendwann eines ist vielleicht ja 37 neue rekord er mich irgendwie an dieses aus joshis woley world dieses ja aber war weiß was der unterschied zu woley world war und diesem spiel woley world dass das war wesentlich einfacher das haben wir geschafft sogar zu 100 prozent naja und der nachfolger war noch einfacher glaube ich das haben wir aber nicht zu 100 prozent gemacht weil das war absurd ja wollte ich gar nicht mehr ich weiß nur hat das super einfach war da war immer gleiche lied irgendwie ich weiß nicht mehr wie hat gegen aber ich weiß da kann mir mal gleiche lied so dass jede gibt es auch so kürbisch spiele von wie auch so ähnlich aufgebaut sind oder ich meine ja ich glaube schon die sind auch irgendwie so von der struktur wie genau genau ja genau vorher haben wir jetzt durchkommen durch diese ganze kinder dodo na ja manchmal heute 160 irgendwas auch schon und ich habe schon ich habe schon die zahl vergessen sie es sind weite ferne gerückt eine ferne die die wir so schnell nie wieder erreichen werden denn ich weiß mein optimismus ist da ja 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 denn so so macht man es nehmen nämlich ein einzelspieler einfacher wäre wenn wenn der einzelspieler muss wirklich einfacher ist es war weil weil der andere einfach der cpu ist die alte generale alles perfekt macht dann ja jetzt stell stell mal vor das spiel würdest du mit einem random mit einem random typen spielen ja sehr sehr schwer muss das ist halt das ist der hardcore modus na na dochh tost na 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 man nananana das ist denn 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 er ist hier 9 von 10 fast perfekte landung gut gemacht leute nein nein wer ist das nicht wert ich kann ja nicht ewig zurückhalten rennen lieber ich glaube ich habe toll gut allein dieser spruch der macht mich innerlich so fertig wenn ich sowas lese und dann die performance die wir gerade am dach legen das tötet mich innerlich wir haben 49 minuten also noch also noch zehn minuten leiden das halte ich noch durch noch zehn minuten spaß ja spaß 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 ich mir das gras auch spaß hier gibt es kein gas hier gibt es noch eine tatschgras wir haben dass die leute in kanada sagen so wenn wir in einer großstadt lebt da gibt es auch kein gras denkst du bei mir gibt es viel gras nein das ist immer bewertet davon gibt es genug auf der welt sardine 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 potato 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 wenn ich so potato potato let's go naja warum hängst du mir immer irgendwie hinterher das macht einer von uns ungefähr falsch hängst mir immer so ein bisschen hinterher so da schon wieder dann verstehe es nicht wenn beide gleichzeitig springen müssen wir doch eigentlich beide da müssen wir eigentlich beide eine gleiche stelle sein aber irgendwie hinkst du mir mal so ein hinterher was ist ein ping 39 meiner ist 20 39 ist auch nicht so schlimm naja ist nicht so schlimm aber mein ping ist halt wesentlich besser als deiner mein finger ist größer als deiner aber meiner ist besser als deiner ich habe mehr probleme als du das sowieso meine chromosome sind höher als dein okay 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 mein superbro wir sollten uns nicht streiten wir sind beste freunde ja komm ich will ich will diese für mann ab sie noch erreichen ja sonst zeigt ich glaube weiter kommen wir heute nicht mehr weiter geht kann schon glück haben wir überhaupt erreichen okay da war sehr tief nein warum hast du losgelassen ich habe aber bist geil da muss er mit einem mit einem flippers noch fester dazu mein flippers ja ja was 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 für flippers wir sind immer nicht flipper das nennt man flossen flossen genau der flipper ist ein geschlaut oder der der vielen keine ahnung flipper ist und der hat auch flossen ja da ist wieder sinn wie nicht flipper ist ein pinguin pinguin sind delphine konfirmt schwimmen beide in der arktis essen beide robben rauben und außen leben wir in der savanne in der herde okay ich glaube durch die lüfte oh mein gott ich glaube jetzt bist du völlig vom thema gewichen also was ich im kopf haben muss ich sie für macht sich ja was kommt als nächstes der viele leben in der wüste naja warum wollen wir das so klar der viele leben in der wüste in herden während der kreidezeit kann mich gar nicht bewegen nein 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 ah ah kaka hat ich glaube da bin ich kurz gedisconnected ich bin noch auf discord online ja vielleicht bist du das connect oder ja ich bin auch das können ja ich glaube ich bin wirklich disconnected und okay wir sind bei 54 minu und ich glaube hier ist ein guter punkt aufzuhören okay disco ist wieder offen na gut ja nicht viel erfolg heute gehabt aber absolute abster misst im misserfolg wir sind bei 27 metern gelandet wo die du ist das nicht schön na gut weiß nicht wie hat hier weiter ablaufen wird aber für das erste machen wir ja feierabend mit diesem part und ja da kommen wir mal was war das nächste kommt mal schauen ja aber das projekt ist noch nicht abgebrochen ist geht noch weiter ja hat sich nur warten ja ja also bis dann ciao